Guten Abend, ihr Lieben. Heute möchte ich über das sprechen, was uns allen widerfährt, nämlich was es eigentlich bedeutet, auf dieser Erde zu inkarnieren, also hier geboren zu werden. Dass das an sich schon so eine verrückt anstrengende Geschichte ist, dass wir eben schon ganz, ganz früh ganz schlimme Erfahrungen machen müssen. Und sei es noch so schön, auch wenn wir die allerbesten Eltern dieser Welt haben und die allerbeste Situation und gewollt sind und all das, auch dann ist das Inkarnieren selbst schon ein sehrartiges schwieriges Problem, denn alles, was geboren wird, Tier, Mensch, Pflanze, alles, was hier auf diese Erde kommt und inkarniert, inkarne heißt in Fleisch, also zu Fleisch wird, seelisches wird Fleisch, seelisches inkarniert. All das muss erst einmal mit den Bedingungen, in denen wir hier leben, sich anfreunden in irgendeiner Form und sich entsprechend anpassen. Dieser Anpassungsprozess ist so schmerzhaft. Das haben wir inzwischen alles schon wieder längst vergessen. Aber was es bedeutet, in eine bestimmte Gesellschaft geboren zu werden, unter soziale Bedingungen, die schon da sind, längst bevor wir den Mutterleib verlassen. Hier in eine, ich sage mal, in jedem Fall kalte, schmerzhafte und unfreundliche Welt geboren zu werden. Und wir kommen alle vom paradiesischen Licht und aus der Vollkommenheit und kommen in diese Bedingungen, selbst gewählt. Wir wollen ja inkarnieren. Also ich gehe davon aus, dass wir einen Lebensvertrag abschließen und eine Aufgabe hier haben. Und wir nehmen uns das auf uns. Aber schon die Geburt und die ersten Jahre danach sind so hart, weil wir uns anpassen müssen. Weil wir uns den Gegebenheiten anpassen müssen, um zu überleben. Wir brauchen absolut existenziell die Liebe unserer Eltern. Und wir merken schon ganz früh, ganz, ganz früh. Das fängt sofort eigentlich an. Kaum sind wir hier. Wir merken schon ganz früh, dass es Eigenschaften gibt, die mögen unsere Eltern und Eigenschaften, die mögen sie nicht. Und weil wir diese Liebe so existenziell brauchen, verbiegen wir uns. Wir tun dann Dinge, die uns gar nicht entsprechen. Wir verhalten uns so, dass wir geliebt werden, dass wir akzeptiert werden. Wir merken ganz schnell, was nicht gut kommt und was nicht gewollt ist. Und so fangen wir uns an, von klein auf total zu verbiegen, anzupassen und nicht wir selbst zu sein. Und später, wenn man Bewusstseinsarbeit an sich selbst macht, Therapie macht, sich mit sich auseinandersetzt, dann erobern wir uns in kleinen Stücken minutiös wieder etwas von uns selbst zurück, was wir schon aufgegeben hatten. Wir getrauen uns dann vielleicht wieder doch anders zu sein, als es die Gesellschaft und die Eltern wollten. Und wir erobern uns ein kleines Stückchen unserer Freiheit, unserem Ich-Sein, unserer eigenen Entfaltung zurück. Das wünsche ich uns. Alles Liebe für heute. Gute Nacht.